Sanfte Hügel, kräftige Wesen und Wälder, geheimnisvolle Wässermatten, das sind unsere Wunder. Und mitten in dieser Natur, hier sind wir zuhause. Klientis Bank Oberargo. Seit über 140 Jahren sind wir hier verwurzelt und mit der ganzen Region verbunden. Mit den Menschen, die hier leben und arbeiten, auf den Höfen und Baustellen alles am Laufen behalten. Aber auch mit den Firmen, die von Ort Waren und Produkte herstellen und mit ihren Dienstleistungen wertvollen Beitrag für diese Region leisten. Genau in diesem Umfeld tragen auch wir unsere Verantwortung mit einer klaren Vision für die Region. Diese beruht der Bank im Oberargo. Darum sind wir mit unseren Standorten dort präsent, wo die Leute sind. Und auch unsere Leute sind Leute von hier. Unsere Mitarbeitenden kommen hauptsächlich aus der Region. Schaffen, leben und engagieren sich hier, sind nahe und fassbar. Und alle setzen sich ein für unser Winning Team, die sich durch Herzblut, Transparenz und Change auszeichnen. Durch das sind sie prädestiniert, Kundenbeziehungen zu leben und zu gestalten, Vertrauen aufzubauen und Verbundenheit herzustellen. Damit unsere Kundinnen und Kunden das Winning Team zu spüren bekommen und von ihm profitieren können, wollen wir uns aus der Regionalbank immer weiterentwickeln. Nur so können wir die anstehenden Herausforderungen meistern. Gratorum geniessen die Nachwuchsförderung und das Engagement für junge Berufsleute bei der Klientisbank Oberargo hohe Priorität. Mit fortschrittlichen Arbeitsbedingungen machen wir zudem aus attraktiven Arbeitgebern auf uns aufmerksam. Als Privatperson bin ich dankbar, meinem Bankgeschäft jemandem anzuvertrauen, der sich mit Herzblut für mich engagiert. Seit vielen Jahren fühle ich mich hier einfach gut aufgehoben. Die Natur gehört einfach zum Oberargole. Das liebe ich. Sei es auf dem Hof, auf dem Acker, bei den Tieren. Ich setze mich auch selber dafür ein. Denn wir alle tragen unsere Verantwortung für die Region, für die Leute hier und für den Umgang, die wir miteinander pflegen. Meine Bank macht das genau so. Wertschätzung, Achtung, Respekt. Das ist das, was ich an meiner Bank schätze. Bei meiner Tätigkeit bin ich auf einen innovativen Partner angewiesen. Jemand, der mir in jeder finanziellen Situation zur Seite steht. Klientis Bank Oberargole hat seit meiner Selbstständigkeit immer mehr geglaubt und mehr unterstützt. Mein Kundenberater geht auf meine Anliegen ein und beratet mehr kompetent und zuverlässig. Welchleifeste und die Klientis Bank Oberargole verbinden seit vielen Jahren eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und genau durch die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen wie wir sie, leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung einer attraktiven Region. Zeitgemäss in Dienstleistungen machen es mir möglich, dass ich meine Zahlungen jederzeit und überall erledigen kann. Ja, die Leute von hier sind uns wichtig. Wir unterstützen Vereine, setzen uns für Kultur, Sport und Sozial sein und organisieren jährlich vier grosse Anlässe. Unsere Generalversammlung, das Managementforum Oberargole, der Finanzanlass und die Jassmeisterschaften für Senioren. Unsere Veranstaltungen locken jedes Jahr viele Aktionäre, Kunden und Pensionäre an. Und das drückt die grosse Verbundenheit mit der Klientis Bank Oberargole aus. Verbunden fühlen wir uns auch unseren Mitarbeitenden gegenüber, die immer hier sind und ein offenes Ohrheil verglüht in unserer Region. Und darum sind wir stolz Oberargoer zu sein. Stolz unseren Beitrag zum blühenden Leben in unserer Region zu leisten. Dein Klientis Bank Oberargole Dein Klientis Bank Oberargole Dein Klientis Bank Oberargole Dein Klientis Bank Oberargole Dein Klientis Bank Overargole Dein Klientis Schiff Binnen Klientis Bank Oberargole